Kordetsch, aber gut dazwischen gegangen. Wieder einmal von der Nummer 5 von Simon Harrer. Und jetzt kann es schnell gehen. Die Konter, die müssen das Rezept sein von St. Anna mit der Sechs. Da ist der erste Schuss, beziehungsweise das erste Schüsschen von Marco Guia. Ja, die Konter, die müssen es sein. Mit denen müssen sie es heute richten.